Ja, euer Leute, es ist wieder JustEady am Start mit einem kleinen knackigen Video und heute möchte ich ein wenig tatsächlich nochmal auf einen Kommentar eingehen, was ich eigentlich gehofft habe, nicht zu machen. Also, dass dann nicht noch was kommt, aber tatsächlich kam noch was und darauf wollen wir jetzt nochmal in Ruhe eingehen. Und zwar geht es darum, einmal muss ich mich direkt entschuldigen an Manuel, den ich letztes Mal in meinem Short angesprochen hatte. Dabei war er es nicht selbst, sondern es war ein anderer Moskau. An der Stelle nochmal Entschuldigung an meinen guten alten Manuel. Ja, es kam trotzdem nochmal ein Kommentar zurück. Und zwar wurde gesagt, es ist doch alles gut. Mach eine gute Arbeit als Kritiker, der seine persönlichen Probleme mit einbezieht. Bin es nur ein wenig anders gewohnt von erfolgreichen Kritikern auf YouTube beziehungsweise Twitch und so weiter, die es sachlich nehmen. So, darauf will ich ganz kurz eingehen, direkt schon mal. Und zwar, das stimmt, bestimmt sind viele erfolgreiche Kritiker, die es auf YouTube oder Twitch oder wo auch immer weit gebracht haben. Neutraler, sachlicher kann sein. Aber Kritik ist nicht immer sachlich und neutral, sondern Kritik hängt davon ab, was man damit erreichen möchte. Möchte man auf etwas appellieren? Möchte man auf etwas hinweisen? Möchte man etwas einfach nur informativ rüberbringen? Das ist unterschiedlich und in meiner Kritik geht es gerade, gerade in meiner Kritik geht es ja darum, meine Meinung kundzutun. Und da ist es ganz wichtig, dass ich meine persönlichen Empfindungen und so weiter da reinbringe. Sonst wäre meine Kritik in dem Moment ja nicht die, die ich auch rüberbringen möchte. Und deswegen ist meine Kritik mit persönlichen Problemen einbezogen. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, und zwar vor allem, die sich immer wieder neu informieren und nicht auf Sachen vor zwölf Monaten rumreiten, da sie damit nicht klarkommen. Ja, da hast du recht, man sollte sich immer wieder neu informieren und das habe ich ja in dem Fall auch getan, dass ich nachgefragt habe, weil die Kritik bezog sich ja nicht auf die Personen, sondern die Kritik bezog sich ja auf den Server. Und ich habe mich insofern informiert, ob diese Personen auf dem Server noch sind. Mir ging es nicht darum zu wissen, sind die Personen immer noch so vom Verhalten her? Haben die sich verändert? Haben die darüber nachgedacht? Das ist mir auch in dem Fall nicht wichtig, sondern mir war es wichtig zu wissen, sind diese Personen noch auf diesem Server? Das habe ich gemacht, ich habe mich informiert, hätte nämlich keinen Sinn gemacht, und da gebe ich dir nämlich vollkommen recht, den Server zu kritisieren, obwohl ich gar nicht weiß, ob diese Kritik überhaupt noch berechtigt ist, ob diese Leute überhaupt noch auf dem Server spielen oder nicht. Genau, und deswegen habe ich mich hier informiert tatsächlich. Und warum ich mich informiere, ob das Sachen sind, die vor zwölf Monaten waren oder vor drei Jahren oder wann auch immer, ist egal, es ist mir in dem Fall nämlich nicht wichtig, ob diese Leute sich verändert haben im Laufe der Zeit, sondern ob sie noch da sind. Jetzt steht da weiter noch, darum wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und werde mir deine Argumentation und Widersprüche genüsslich weiter reinziehen. Also klar, ich freue mich immer, wenn jemand mir zuschaut und auch mich kritisiert und mir vielleicht auch konstruktive Kritik bringt. meine Widersprüche erkenne ich tatsächlich gar nicht. Ich habe noch überlegt, was könnten das für Widersprüche sein. Mir sind keine Widersprüche eingefallen oder aufgefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass es widersprüchlich rüberkommen könnte vielleicht, wenn ich den Server zum einen gut rede und zum anderen dann aber sage, ich werde darauf nicht spielen oder ich weiß es nicht, weil ich finde den Server tatsächlich gut und ich finde auch die Admins und auch beide Admins oder drei jetzt, ich denke es sind momentan drei, ich finde das, was ich von den Admins weiß, sagen wir es mal so, gut, weil einen kenne ich noch nicht wirklich, er schien aber sehr bemüht zu sein. Ja, von daher will ich da sagen, was die Ele4Admins betrifft, habe ich bis jetzt eigentlich keine direkten negativen Erfahrungen gemacht. Jetzt in dem Fall, zum Beispiel in diesem Kommentar, den ich hier bekommen habe, muss ich sagen, erkenne ich nicht viel Hand und Fuß. Also ich bin jetzt gerade darauf eingegangen und habe eigentlich zu allem relativ sachlich was sagen können, meiner Meinung nach. Aber ich erkenne nicht zum Beispiel diese Widersprüchlichkeit in meinen Aussagen, die ich angeblich bringen soll oder sonstiges. Aber ansonsten würde ich trotzdem nichts gegen die Admins sagen. Also die Admins von Ele4 sind weiterhin in meinen Augen gute Leute und der Server an sich von den Features bringt auch sehr vieles Gutes mit sich. Aber dennoch, und auch die Community, habe ich immer als eine gute empfunden, bis auf wirklich ein oder zwei Leute, wo ich sage, dass diese ein oder zwei Leute durch ihre Art und Weise leider negativen Einfluss haben können auf das Spielerlebnis von so einem Server und vor allem auf mein persönliches Spielerlebnis auf diesem Server, was dadurch sehr, sehr erschwert wurde, weshalb ich persönlich nicht darauf spielen würde. Aber auch da sage ich ganz deutlich, ich persönlich kann es da nicht genießen zu spielen, wenn diese Personen da sind. Und das ist ganz egal, ob die sich jetzt verändert haben oder nicht, darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht darum, jemanden zu verändern oder dafür zu sorgen, dass sie über ihr Verhalten nachdenken oder sonst was. Nein, dafür ist die Privatsalverschiene viel zu breit gefächert, als dass ich jetzt sagen muss, da möchte ich hin und die müssen sich ändern, damit ich da gut zocken kann. Nein, weil diese Leute, mit denen ich ein persönliches Problem habe, sind noch nicht mal schwierig oder schlimm. Weil es wurde auch gesagt, dass ich aus Eifersucht vielleicht handele oder was auch immer. Aber das ist zwar alles nicht die Tatsache, also mir sind diese Personen insofern nicht wichtig gewesen, dass ich sage, boah, ich wollte so sein wie die oder die hatten mehr als ich und das hat mich gestört. So sehr bin ich ja gar nicht in dem Game drin. Und alle, die mich kennen und alle, die sehen, wie ich zocke und so weiter, wissen, dass mir sowas eigentlich am Ende des Tages sehr wenig wert ist, weil ich gar nicht diese Zeit habe, so viel da rein zu investieren, dass mir sowas wichtig sein könnte. Mir ging es nicht darum, mir ging es um deren Spielverhalten, auf dem Server und mir ging es darum, wie mit denen umgegangen werden kann und umgegangen wird. Und ich finde es schön, dass die Philosophie von Elevore eine so offenherzige ist. Aber wie ich schon mal gesagt habe, habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass da irgendwo auch eine Grenze ist und man irgendwie einen Weg finden muss, wie man sowas unterbinden kann. Und das hat mir damals da gefehlt und die Tatsache zu wissen, dass die immer noch da sind, reicht mir aus zu wissen, da möchte ich dann nicht so gerne hin. Das ist einfach so. Ich habe ja sogar nachgefragt, ob die noch da sind und nachdem ich erfahren habe, dass die zumindest wahrscheinlich nicht gekickt oder gebannt wurden, danach war es mir schon egal, ob die jetzt noch wirklich da sind oder nicht, weil es mir viel mehr darum ging, wie wurde der mit denen umgegangen? Wurden die rausgeschmissen oder haben die einfach keine Lust mehr gehabt? Das habe ich auch angesprochen, weil mir ist es wichtig, dass diese Leute nicht einfach nur freiwillig keine Lust mehr hatten, sondern dass die vielleicht im besten Fall sogar wirklich gegangen worden sind. Weil ich dann für mich diese Gewissheit habe, okay, wenn ich da spiele und die wieder kommen sollten, weiß ich, dass ich da das Admin-Team hinter mir habe, beziehungsweise hinter denjenigen, die vielleicht auch ein Problem damit hätten. Genau. Aber um jetzt einfach nur noch mal auf diesen Kommentar als Resümee quasi einzugehen, jeder Kritiker kritisiert auf seine Art und Weise, je nachdem, was er kritisieren möchte und warum er kritisieren möchte. Und mir ging es in meiner Kritik, die wirklich nur in einem Nebensatz fast war, wo Elevor wirklich nur mit ganz wenigen Sätzen angesprochen wurde. Ging es nicht um Elevor zu kritisieren, sondern es ging mir nur darum, dass der Server weiterhin leider für mich nicht in Frage kommt, weil gewisse Leute nicht so da aus dem Server entfernt wurden, wie ich es mir wünschen würde, um selber da glücklich sein zu können. Mehr nicht. Dass der Server gut ist, dass der Server coole Features hat, nette GMs, bestimmt auch einen großen Teil einer guten Community und so weiter. will ich gar nicht kritisieren. Dazu habe ich mich nicht mal geäußert. Aber um an der Stelle es jetzt mal betonen zu sagen, das halte ich alles als eine sehr große Stärke von dem Server. Ja, so viel dazu. Und genau, das ist meine Art der Kritik, die ich ausübe, wie ich Kritik ausübe. Und ich muss mich nicht über Dinge neu informieren, die mich damals gestört haben. Brauche ich nicht. Brauche ich in diesem Fall nicht. Habe ich aber in so fern gemacht, dass ich nachgefragt habe, ob gewisse Leute da noch sind oder nicht. Und meine Argumentation sehe ich nicht als widersprüchlich. Ich erkenne keine Widersprüche in meinen Argumenten. Bin aber natürlich offen dafür, dass man mir sagen kann, hier, da und da hast du dich widersprochen. Dann kann ich darauf vielleicht sogar eingehen und was dazu sagen und mich erklären oder mich gegebenenfalls auch entschuldigen. Genau. Ich hoffe, ich konnte damit, weil es wurde ja auch geschrieben, dass man sich das genüsslichst weiter reinziehen möchte. Ich hoffe, ich konnte damit genüsslichst, dir dafür sorgen, dass du dir genüsslichst das wieder reinziehen konntest. Und wenn es was gibt, schreib es mir und ich gebe dir mein Wort. Es hat alles nichts gegen dich oder sonst was zu tun. Und wenn du, derjenige, der sich das gerade anguckt, die Leute, die kritisiert wurden, mag, eigentlich an sich mag, dann sage ich auch damit nicht, dass das falsch ist oder dass das keine guten Leute sind oder so. Es sind nur Leute, mit denen ich nicht mehr spielen möchte, weil ich meine Erfahrungen mit den Leuten gemacht habe und nicht machen muss. Und sogar einer von diesen beiden Menschen habe ich innerhalb der letzten Zeit immer wieder mitbekommen, auch auf anderen Privatservern, wo ich auch gesehen habe, diese Person ist immer noch genau so wie damals. Deswegen weiß ich, dass ich mit diesen Personen nichts spielen möchte. Und das ist so eine mega persönliche Kritik, was auch in Ordnung ist, weil persönliche Kritik darf es geben mit persönlicher Meinung, mit persönlicher Empfindung. Ja, das darf es geben. Das gibt es. Es gibt unterschiedliche Kritiken. Naja, genau. So viel dazu. Ich war jetzt hier in diesem Video gerade sehr offen und sehr ehrlich würde ich sagen, ich wollte erst einen Short machen und habe dann gemerkt, ich schaffe es in dieser einen Minute, nicht das rüberzubringen, was ich eigentlich rüberbringen möchte. Und ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen deutlicher machen oder verständlicher machen. Und ja, bin offen für neue Kritik. Alles klar. Bis dann, Freunde. Ich freue mich schon, weil bleibt auf YouTube bitte schön aktiv weiter bei mir. Ich bringe immer mal ein paar Umfragen und freue mich demnächst vielleicht mit euch ein neues Projekt zu starten.